Abschluss Audio Musstil Alter Halt Pistel kann ich gar nicht Er war doch nicht ein Stück Geduld oder Hm Ein Farmer? Kann man ich sehe die teilweise echt nicht mehr ich gehe lieber rechts lang k k k alles klar leute noch ein paar k jetzt liegt es an der Erledige das! Warte! Alter! Also, ich bin... Ich bin jetzt keine Waffe. Ich bin jetzt mal direkt durch Einzelheimerschuss Toad. Was und wie wechselt man hier Waffen? Bruder! Wir verlieren an Boden! Holen wir ihn uns zurück! Die Kanäle vermeiden, wie sie kann? Die Kanäle vermeiden, wie sie kann? Zeitenwechsel! Wenn sie das gewinnen, gewinnen sie alles! Gebt Gas! Letzter Überlebender! Link ist zu Ende! Geht! Zurückfallen, Soldat! Wir kämpfen an einem anderen Tag wieder! Boah, da fließt das Buhl, Alter! Oh! Aber ein weniger Tuch! Oh! Mit Fäusten! Was ist denn das für ein Schottenster, Alter! Dürfen! Hehehe! Heißt Sie auf britische Art willkommen! Oh Mann, die haben Waffen?! Wir verlieren an Boden! Holen wir ihn uns zurück! Oh Mann, die Waffen! Jetzt liegt es an dir. Erledige das. Alter. Das macht ja gar keinen Sinn mit Unwaffen, denn... Unwaffe. Ah, nee. Oh, nein. Das war mir doch nicht gut. Oh, nein. Das war mir doch nicht gut. Oh, nein. Das war mir doch nicht gut. War von zwei Seiten. Mein Mädchen hat mir nichts gemacht. Oh, geil. Wie passt das? Oh, okay. Kann man mal machen. Oh, nein. Das war mir doch nicht. Oh, nein. Das war mir doch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Also wäre das jetzt kein Blut, aber... Ich würde das gerne zocken, ne? Gehen wir an die Arbeit. Also, wo überleg ich das, ob ich das auch führe? Oh, ein paar Mal. Okay, jetzt habe ich auch da. Es geht um... Inherberg. Ja. Wir haben hier ab Boden, wollen wir ihn uns zurück. Wir haben Boden, Alter, hier führen. Ich kann gar nicht mit einer Piste schießen. schnudel nicht mit an der karte 4 er hat mich nicht hoffen auch dann bin ich aber noch nicht und umgekehrt k t t t t ich habe keine Ruhe k die 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 trainiert man eben kliniken auch immer auf jeden fall Kontrolle Was ist denn jetzt mehr? Das ist immer verlißbar. Oh, Alter, ich war hier und so. Oh, Alter, da kam noch einer rein. Okay, okay. Da war ich. Ah, hab ihn. Ah, verdammt. Als ob ich nicht treffe von dort. Aber sieg. Sehr gut. Er gibt ja einfach einen Auskunft. Äh, eher genau. Frei für alle. Okay. Ich bin hier alleine. Oh, Muniz. Ich kann wenig. Okay. Der Feind nähert sich. Laden und entsichern. Wir haben die Kontrolle. Wir haben die Kontrolle. Ich bin hier. 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 Das war's für heute. Was ist das? Okay, aber der Perflex, Alter. Der ist echt Perflex. Das war's für heute. Ich muss mich konzentrieren. Ich hab's nicht gespielt. Ich hab's nicht gespielt. Oh, geil. Oh, geil. Bo, geil. Tone nur ich habe die Welt und direkt die Verlängerung Das war's Leute, auf zur nächsten Runde! 10 Sekunden. Ich habe gesagt, guck mal oben und da oben, voll witzig. Du willst alles, was wir noch haben, mach weiter. Oh mein Gott, ich habe beide noch gewohnt. Wie lange geht denn so ein Tutorial jetzt? Das sind die Leute, die sind jetzt alle auseinander. Also eine Runde mache ich da jetzt dann. Ich weiß gar nicht, dann habe ich das auch angefangen. Boah, 20 Minuten. Also ich mache dann... Komm, wie lange das jetzt auf Dauert. Okay, dann mache ich noch eine danach und dann würde ich sagen, mach ich jetzt. Ich habe, glaube ich, bin ich einmal gestorben. Nullmal verloren, Alter. Ich bin hier einmal gestorben. Ich habe einen neuen Schaden ausgeteilt. Feuergefächt. Du, wir haben Wachen, ne? Das ist das letzte, ne? Da muss ich aufhören, wo die? Geht los! Nein! 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 Du bist es! Ich bin hier aber raus! Nein! Ich bin hier! Ich bin jetzt hier! Es lifetime Rama, meine Katzen klären. Schlawe, die Fabriale macht mich sinful. Du bist! Er hat da nichts gekauft, ey. Hm. Heißt sie auf britischer Art Willkommen. Nee, ich knimmel lieber ne Püste mit. t nein sei es haben Muni? Muni, das machen wir gut! Okay! Alter, wie schnell ging der das, alter der ist... Okay, ich hab auch mal nicht verfehlt. Ich hab dich verbraucht. Ich spiel, wenn wir die Kinder entfrieren. Das ist einfach nichts für euch. Fünf Runden sind geschafft! Noch eine und ihr gewinnt! Ja, noch eine und dann sag ich noch Ciao! Ne? Ausch! Ich hab den Arme abgefallen. Ich hab den Arme abgefallen. Oh, geil! Und damit will ich auch Ciao sein! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Und jetzt...